ja hallo und herzlich willkommen zurück bei minecraft viele wie es leid ich bin der black und ich baue hier gerade mein lager wie ein wilder um habe jetzt schon naja angefangen hier meine kisten umzusortieren die werkzeuge kommen jetzt alle hier rein habe ich hier noch welche drinnen das hier würde ich erst noch nie das ist waffe das ist eine waffe eindeutig das ist eigentlich metall in der perle ist wertvolles ok sattel sattel ist werkzeug könnte man sagen alles andere sind waffen entsprechend sortieren wir mal kurz um das hier noch rein hier fackeln wie gesagt wollte ich extra machen das ist waffe beziehungsweise rüstung also alles was für kampf ist das ist eine wind of lightning die ist auch für den kampf das ist für den kampf das ist für den kampf das im prinzip auch das hier und das hier ist noch werkzeug also hier rein alles baumittel und wer überhaupt da mal schauen ob ich denn da überhaupt klar komme prinzip schreinerei glüh elektrische maschine wie walz maschine kann man auch unter werkzeug einordnen oder was meint ihr so brauchen wir die ja eh nicht das ist waffe hatte ich gesagt das ist noch mal werkzeug den hatte ich vergessen und die schallplatte kommt auch unter werkzeug erst mal zipp zipp und das oben so unten wollte ich elektrik und mechanik elektrik und mechanik und zauberhaftes linke schon und das daz daß dass das dass das und das und dass das law das auch ok also ja alles hier rein schluppe schluppe reels sogar auch noch mal per pool habe ich gar nicht gewusst wir haben ja noch so einiges das auch alles raus. Dankeschön. Und nicht unten. Sondern hier in die Mitte mit rein. Weil da eh momentan genug Platz drin ist. Für solches Gemüse. So. Die stehen alle schon mal. Hätte ich hier unten schon mal die beiden Chesters, äh, was heißt Chesters? Die beiden Dinger wieder frei. Das hier, zauberhaftes, bekommt natürlich seine eigene Kiste. Okay, die geht hier unten hin. Das könnte ich im Prinzip auch alles hoch in den Truben schaffen. Aber, ja, vielleicht wird es auch irgendwann mal gemacht, aber jetzt momentan nicht. Jetzt räumen wir erstmal um. Die Goggles werden theoretisch Werkzeug, aber ich lasse auch hier ein zauberhaftes drin. Faunomikum. Oder Faunomikum, wie es ja richtig heißt. Gehört hier auch rein. Das kann erstmal hier unter da mit rein. Und ja, dann hätten wir das frei. Holz wird einzeln einsortiert werden. Äh, Personal Safe. Personal Safe. Hier sind die, äh, Zwischenprodukte. Das brauche ich noch als, äh, Dingens. weil das kommt sonst nirgendwo anders hin. Äh, Blackstool, äh, Mob Drops, bla bla bla, sonstiges. Dann machen wir das so. Äh, hier, die ganze Reihe wird sonstiges werden. So, hier, das ganze Theater wird sonstiges. Äh, außer die obersten beiden, die werden Zwischenprodukte. So, so, so habe ich das jetzt beschlossen. Das ab. Ja, weißt du bist die Sache. Ach ne, hab ich einfach eine Transporterohre vergessen. Hehehe. Jetzt aber abbauen. Abbauen. Okay. Das heißt, Zwischenprodukte, Zwö, äh, Zwischenprodukte. Einfach mal so. Weil die ja auch schon so langsam ein bisschen leer werden. Tauferhaftes ist auch schon leer. Ich kann mal hier schnell hier. Na, ich habe schon wieder irgendwo draußen einen Enderman. Die beiden nehme ich mal mal ab hier. Dann hätten wir hier. Ähm, bitte warten. Ich muss kurz überlegen. Ach so, ähm. So, hüpp. Kampf. Nicht, nicht Kampf oder Kampf. Okay. Und unten runter. So, Sonst. Ne, Zwischenprodukte. Zwischenprodukte. Zwischen. Produkte. Zwischen. Strich. Strich ist so. Produkte. Düt, düt, düt. Okay. Hätten wir oben Kampf und einen Zwischenprodukte. Äh, hier machen wir erstmal noch nix. Das heißt doch, wir machen hier. Ähm. Wie hatte ich es nennen wollen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich wollte es nennen. Ich mach das doch oben ran. Also hier, äh, äh, halt erstmal wieder, die Pfeile fehlen immer. Immer fehlen die Pfeile. Werk, Zeuge. 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 Halt. Unsortiert machen wir das. Zip, zip. Was im Prinzip auch wie Sonstiges heißt. Äh, nur eben kein Sonstiges mehr ist. So, jetzt brauch ich noch weiter Schilder. Zauberhaftes Holz kann erstmal weg. Komm her. Zauberhaftes. Zauberhaftes. Äh. Mechanik. Weil ich das ja jetzt alles in eine Kiste verfrachtet habe. Hepp, hepp. Ne, ne. Hepp, hepp. Elektrik. So, jetzt, jetzt kommt es hin. Elektrik, Schrägstrich, Mechanik. Das hatten wir. Äh, unten und hier auch wieder unsortiert. So. So, lassen wir das. Und hier oben, denn, war Zauberhaftes, ne? Jawohl. Brauche ich nochmal eine Kiste zwischen Produkte Heavy Metal. Wurst. Komm her. Hopp. Zwischen Produkte Produkte Du Du Te Mann, 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 das. Eins ab. Hä? Ne, ne. Mann, oh, jetzt lass mich nochmal so. Also. Zwischen Produkte Hm. Nochmal anders. Zwischen Strich Schilder schreiben. Meine Lieblingsarbeit. Produkte. So. Und unten wieder unsortiert. Tiert. Mit T. Und der Zeichen. Nein, du Doofkopf. So, jetzt. Damit hätten wir die Schilder schon mal hin. Und jetzt weiß ich wenigstens mal, wo das ganze Zeug hier ist. Schon mal. Hier muss ich natürlich noch umbauen. Den kann ich erstmal wegpacken. Den nehme ich mal weg. Ähm. Unter Zwischenprodukte kommen halt allgemeine Sachen rein. Äh. Wo wie zum Beispiel das jetzt ein Zwischenprodukt. Das kommt rein. Die Sales selber würde ich unter Werkzeuge rein klatschen. Weil momentan brauche ich die nicht mehr. Und das ganze Holz hier, was wir hier drin so dumm in der Gegend rumliegen haben, das bekommt eine eigene Kiste. Das heißt, dass wir uns erstmal da bleiben. Wir können aber hier nochmal gucken, ob wir hier so langsam mal aussortieren können. Nein, wir haben das hier. Ähm. Wir haben Schneebälle, Marble, Feuerstein, Tankstenohr, Blümchen. Das hier ist alles unsortiert. Kommt, das kriegt keine Kiste hier. Das ganze Gemüse hier. Das nicht. Die auch nicht. Vielleicht später mal. Aber jetzt im Moment brauchen die keine Kiste. Das heißt, hier unter unsortiert machen wir erstens mal die Wand wieder auf, wie ich sie vorher hatte. Hier, 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 hier. Nur mach ich jetzt so. Wunderbar. Zack. Und wir können hier hinten einfach mal eiskalt... Hab ich welche da? Nein, hab ich keine da. Achso, ich wollte sowieso welche machen. Genau. Press, na, das ist denn Bronzebarn. Elektromingiert. Wo hab ich den Pressing get? Äh, ich hab doch welche. Sind die noch in der Heavy Metal Kiste drin? Was war die hier? Ne, das ist eine normale Bronzebarn. Ich hab doch sicher noch... Also ich hab auf jeden Fall noch Pressing get gehabt. Da hab ich's doch. So, so. Und in der Mitte, glaub ich, Glas, ne? Mal gucken. Ah, wieder der verkehrte. Hier. Jawoll, da kriegen wir wieder Haufenweise ein Tubes raus. Ich glaub, die werden wir auch brauchen. Und da setze ich erstmal hier hinten diese Tubes ein. Die kann ich ruhig so verleiten. Das ist kein Problem. Äh, und, äh, ja, nach unten das Zeug machen wir dann später. Denn hätten wir das. Hier hinterher kommen die Kisten. Die Kisten. Zapp. 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 Wunderbar. Und damit können hier die unsortierten Sachen rein. Ich schmeiß das Zeug alles oben rein. Der wird wahrscheinlich unten anfangen, aber das ist egal. Aber, nö, ist schon richtig so. Ist schon richtig. Weil, wie gesagt, ähm, das System wird dann wahrscheinlich von unten auffüllen, so wie ich's, äh, vorhabe zu bauen. Und, äh, da wär's ja dumm, äh, wenn es, äh, sagt, okay, ich, äh, fülle jetzt auf und, äh, mach das ja so anders und überhaupt und, nee, 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 machen wir das so. Ist schon richtig so. Ist alles gut. So, gut. Dann wären wir hier soweit. Jetzt muss ich natürlich nach hinten ein bisschen weiter bauen. Äh, entsprechend muss ich mal gucken, was kann ich noch umsortieren. Schneeböle. Schneeböle werden auch umsortiert kommen. So, Marble. Marble bekommt eine Kiste. Ein Tankstenohr ist im weitesten Sinne eigentlich ein Metall, aber das kommt auch unter unsortiert kommen, weil ich das sonst ja so selten brauche hier. So, Schneeböle, alles raus. Das kann erstmal drinnen bleiben. Das hier kann auch erstmal alles so bleiben oder muss, weil ich da noch keine Kisten haben. aber das könnte ich euch jetzt eigentlich machen. Ich meine, wir haben jetzt hier das Obsidian. Also, wenn ich jetzt hier hinten anfange, machen wir Obsidian, Kristalle, Maragde, Green, Saphir, ähm, Ember, Saphir und Rubin und, ähm, Dings kommen auch noch dazu. Brauche ich hier nur wenigstens, hier haben wir Rubine ein, genau. Und Diamanten können wir da auch mit reinhauen. So, na, die blauen haben wir irgendwie gerade nicht zur Verfügung, aber ich denke, die kriege ich auch noch hin. Äh, die hatte ich aber hier irgendwo. Ja, die, Diamant, okay. Und hier haben wir blauen. Wunderbar. Die kommen alle, äh, in die oberste Kiste hier. So. Quatsch, das ist doch nicht die Kiste, da hier ist, das hier ist ja kein, oder mache ich das noch unsortiert? Mh, ja, das hier ist alles unsortiert, das ist richtig. Da will ich ein bisschen mehr Platz haben, das ist okay. Und dann machen wir hier mal auf. Hopp, hopp, hopp. Gucken wir mal hier drunter. Da ist schon wieder Haus. Nicht so viel. Na gut, okay, den einen können wir auch lassen. Ist egal. Hier müssen wir mal wieder ein bisschen Erde verwursteln. Abglücklicherweise will ich was einstecken. Und gehen auch hier. Ähm, 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 eins höher. Klapp. Das muss ich dann noch richtig machen. Das ist jetzt hier noch provisorisch erstmal. Ein Provisorium sozusagen, was halt sein muss, damit das hinten vernünftig verkleidet aussieht. könnte das zwar auch anders machen, fällt mir jetzt gerade so ein, aber wir machen es so. Arschgeleckt. So, so, so. So. Okay, das war verkehrt, weil ich muss ja noch eins hinter, ich bin blöd. Rings, Rom, Dove. Eins, zwei, drei, vier. Wie gesagt, noch eins weiter hinter. Manu. Das heißt natürlich, dass ich wirklich jetzt ein bisschen Erde, ich mach das gleich, wir haben es doch Erde her. Das dahin, die Dinger kommen noch unter unsortiert hier, das, das und das. Und dann gehen wir mal schnell raus, ich mach das gleich da draußen, sonst wird das heute nichts mehr. Lass mich raus. So, also hier. Und hier. Da, 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 da. Auffüllen. Hier hinten dürfte das dann nicht mehr das große Problem sein. Wird der hier eigentlich auch noch gebraucht? Ja, ich glaub schon. Das heißt, wenn wir hier noch eins vorgehen, man muss hier fast den gesamten Weg noch ein bisschen erhöhen, oder was soll's. Was soll denn das? Ist egal. So, lass mal so. Vielleicht mach ich ja noch einen Blumenkasten oder sowas hin. Werden wir sehen. Den kann ich dann auch noch ein bisschen verstecken. Okay. Dann kann ich hier hinten endlich in die hinterste Reihe plopp, plopp, zack, zack. Hier kommen wieder Tubes rein. Wo ich aber dann wahrscheinlich noch mal dahinter muss, aber das kriegen wir hin. Weil ich muss jetzt eh, das machen wir dann, ich denke in der nächsten Folge, hier hinten ein bisschen die Wand aufbuddeln. Also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich würde mal sagen, bis denn, Leute. Tschüss. Oder halt, wartet, ganz gleich noch. Ja, kann ich gleich die Verbindung machen. Hier, komm. Flipp. Bitteschön. Jetzt aber. Bis denn. Tschüss.